Hallo liebe Leute, hier melde ich mal wieder euer Chatelor. Ja, ich kümmer mal wieder mit keinem Informationsvideo um die Ecke. Diesmal allerdings mit einem eher, wahrscheinlich für euch, eher traurigen Nachricht. Denn, ich mache eine Let's Play Pause. Soll heißen, für die nächsten zwei Wochen, also ab morgen vom Montag, den, ähm, also irgendwie haben wir den heute. Also, Montag, den 22.08. bis Montag, den 5.09. werde ich keine Videos hochladen. Die Zeit möchte ich dafür nutzen, um ein wenig auch, ähm, wieder vorweg aufnehmen zu können. Die Zeit möchte ich unter anderem nutzen, um halt ein bisschen was für meine Hobbys zu tun, die ich ein bisschen vernachlässigt habe, durch das Let's Play. Und ich möchte aber auch die Zeit dafür nutzen, ein paar weitere Videos aufzunehmen. Denn, mein, ihr wisst, was ich schon wahrscheinlich gemerkt habe, meine Vorwegaufnahmen-Repertoire ist ziemlich gegen Null. Zumindest von Final Fantasy. Von Mega Man X habe ich noch ein paar, aber ich dachte mir, gut, ich werde das die Zeit nutzen und halt wirklich mein Hobby, meine anderen Hobbys, wieder aufzuholen. Und außerdem, ähm, die ganzen Sachen, die gesagt haben, okay, die Blitzpläne ich, schon mal aufzunehmen. Ich werde versuchen, in der Zeit Darksiders aufzunehmen, was ich allerdings nichts versprechen kann, da ich gerade nicht weiß, wo, wie ich die CD ausgeliehen habe. Aber egal, das war wieder eine Information, die nicht von Mütten war. Also, wie gesagt, also Pause bis zum 5.9. und, ähm, ich werde wahrscheinlich trotzdem jetzt am 6.9. wieder hochladen. Und dann wahrscheinlich auch noch zu, deswegen kein Spezialvideo. So, Leute, das war's dann von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen, eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns in zwei Wochen, wenn ihr wollt. Macht es gut! Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.